Herzlich Willkommen auf meinem YouTube-Kanal der Hierophant zu einem weiteren Gedankenblitz. Mein heutiges Thema lautet 42 oder werdet wie die Kinder. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Romanreihe Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Ich möchte gerne auf eine Episode in diesen Romanen, in dieser Romanreihe zu sprechen kommen und zeige euch deshalb den Wikipedia-Eintrag. Unter dem Wikipedia-Eintrag 42 kann man folgendes lesen. Die Antwort 42 ist ein Zitat aus der mehrfach verfilmten Roman- und Hörspielreihe Per Anhalter durch die Galaxis des englischen Autors Douglas Adams. Im Roman ist 42 die von einem Supercomputer nach einigen Millionen Jahren Rechenzeit gegebene Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, mit der die Protagonisten letztlich nichts anfangen können, weil die Frage zu vage gestellt war. Also dieser Punkt zieht sich durch mehr oder weniger den ganzen Roman von Douglas Adams. Man befragt also einen Supercomputer und bittet um Antwort auf diese Frage und der größte Computer des Universums rechnet Millionen Jahre, um dann ganz am Ende die Antwort 42 auszugeben. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem all dem Universum, nach dem ganzen Rest, kann selbst von dem größten Computer des Universums nicht zufriedenstellend geklärt werden. Und wir heute haben auch eine ganze Reihe von Fragen, die lang und breit diskutiert werden, manchmal emotionell hitzig, manchmal wissenschaftlich, die wir aber auch nicht klären können. Ich hatte jetzt die Tage einige Diskussionen auf Facebook und auch in anderen Foren mitverfolgt und da ging es zum Beispiel um einen riesigen Eisblock, der am Südpol abgebrochen war von der Küste und aufs Meer hinaus treibt. Und viele, viele, viele Kommentatoren sagen, ja, das hat eben mit der Klimaerwärmung zu tun, wir werden alle sterben. Und wieder andere sagen, nein, es wird im Gegenteil immer kälter und das Eis schiebt einfach vom Festland Richtung Küste nach und deshalb bricht immer mal wieder ein gigantisches Stück Eis ab. Beide Seiten bleiben bei ihrer Meinung, die Antwort ist unklar, beziehungsweise es kann keine letztgültige, schlüssige Antwort gegeben werden, weil die Perspektiven, die wir haben, um auf dieses Thema zu blicken, sind einfach nicht weit genug von der Sache weg, um einen guten Gesamteindruck zu haben. Ein anderes Thema war jetzt die verschiedenen Wirkstoffe, die für die IMPF-Aktion in Verbindung mit der Corolla Burlesque eingesetzt werden. Sie wurden verglichen mit Kontergan, diesem Skandal aus den 60ern. Und wieder liefen die Vorristen heiß. Passt das? Ist das wissenschaftlich? Ist es überhaupt angebracht? Und ja und nein. Und auch hier eine endgültige Antwort geben zu können, ist schwierig, weil wir einfach von unserer Perspektive noch viel zu weit unten sind. Wir bräuchten einen viel höheren Standpunkt, um das verstehen zu können. Und das dritte Diskussionsthema, an dem sich die Vorristen heiß liefen, war die Israel-Hamas-Auseinandersetzung jetzt aktuell. Wer ist schuld? Wer hat es verursacht? Wo liegen die Probleme? Auch hier zwei Gruppen, die hitzig miteinander diskutieren. Aber letztlich kommt man zu keinem, weder Konsens, noch zu einer richtigen, auf Wahrheit beruhenden Antwort, weil einfach die Lage sehr komplex ist. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von den fünf Blinden, die einen Elefanten beschreiben sollen. Der eine hat halt den Rüssel des Elefanten, beschreibt entsprechend dem, was er fühlt, nämlich dem Rüssel den Elefanten. Der andere hat ein Ohr des Elefanten, das er fühlen kann und beschreibt den Elefanten dahingehend. Der dritte steht dann vielleicht am Schwanz des Elefanten und beschreibt ihn dahingehend. Der vierte am Bein, der fünfte am Körper, wie auch immer. Jeder von seinem Standpunkt beschreibt einen Elefanten, aber es sind völlig unterschiedliche Beschreibungen. Und das ist einfach unser Problem. Wir stehen nicht hoch genug. Gehen wir in den Kaninchenbau, dann finden wir viele Türen, die sich öffnen, zu kleinen Räumen, die wiederum Türen haben. Wir können vielleicht hinter eine ganze Reihe Türen blicken, aber wir werden nie das Ganze des Kaninchenbaus begreifen, weil wenn du im Kaninchenbau bist, ist einfach dein Überblick sehr eingeschränkt. Und ja, wir Menschen, wie gesagt, sind viel zu nahe dran, um einen wirklichen Überblick zu haben. Wären wir weiter oben, sagen wir mal, aus der Position Gottes, dann würden wir natürlich alles erkennen können. Wir sind sozusagen auf dem Spielplatz Erde und wir sehen gerade, wie eine ältere Frau sich bückt, um einen Geldbeutel aufzuheben und wie dann der Geldbeutel weggezogen wird. Was wir aus unserer Position nicht sehen können, ist der Lausbub hinterm Busch, der sich da einen Spaß damit macht. Würden wir von oben blicken können, würden wir es sehr wohl erkennen. Aber so ist einfach unsere Wahrnehmung eingeschränkt. Und über alles das, was wir hier diskutieren, beruht eben auf unserer eingeschränkten Wahrnehmung, auf dem Umstand, dass wir relativ nahe dran sind und nicht das Gesamtbild erkennen können. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Hauptaussage dieses Videos. Müssen wir denn wirklich alles erkennen können? Ist es für uns wirklich wichtig, jede Wahrheit bis ins kleinste Detail zu ergründen? Ist es zum Beispiel für die IMPF-Geschichte wichtig, dass wir alle Fakten präsent haben? Ich glaube nicht, weil wir haben uns entschieden. Entweder wir lassen das mit uns machen oder wir lassen es nicht mit uns machen. Und wenn einige noch zurückhaltend sind und sagen, ich warte ab, dann wird diese Entscheidung eben in der Zukunft auf sie zukommen. Aber sie werden eine Entscheidung treffen müssen. Lasse ich es mit mir machen oder lasse ich es nicht mit mir machen? Das gleiche in Verbindung mit Klimawandel, Klimaerwärmung. Gehe ich in die Panik, wir werden alle sterben, wir werden alle sterben, wir dürfen nicht mehr ausatmen? Oder bleibe ich im Gleichgewicht? Bleibe ich völlig bei mir? Auch hier haben wir eigentlich schon eine Entscheidung getroffen. Und wenn es dann darum geht, Sachen zu entscheiden, wie die Auseinandersetzung zwischen Israel und Hamas oder die Rassenunruhen in Südafrika, was dort mit den weißen Farmern geschieht, was in der Vergangenheit möglicherweise mit den Schwarzen in diesem Land geschah. Da sind wir auch nicht wirklich im Thema. Wir sind wiederum zu weit weg, um erkennen zu können, was wirklich gespielt wird. Natürlich haben die einen oder anderen eine Meinung, aber diese Meinung ist eigentlich nicht relevant, weil wir nicht im Geschehen sind bzw. nicht als neutraler Beobachter uns das ganz genau ansehen können. Und deshalb ist es eigentlich für uns auch jetzt nicht wirklich wichtig, diese Fragen abschließend zu klären. Vielleicht hier im Vergleich zu anderen wichtigen Themen, die unser Leben persönlich betreffen, ist es vielleicht auch gar nicht notwendig, einen Standpunkt zu haben, weil es uns nicht betrifft. Andere Fragen, die uns betreffen, haben wir für uns geklärt. Ich denke, dass relativ schnell in jedem von uns eine Entscheidung gefallen ist, was wir zu tun gedenken oder was wir nicht zu tun gedenken. Also insofern gibt es Fragen, die dieser Antwort 42 des Supercomputers aus dem Roman von Douglas Adams gleichen. Wir müssen sie nicht kennen. Es ist nicht relevant für uns. Und bei anderen Fragen, auch wenn wir nicht alle Fakten kennen, auch wenn uns möglicherweise der Überblick fehlt, haben wir uns dennoch schon festgelegt, wie wir entscheiden. Und jetzt möchte ich euch einen kurzen Bibeltext vorlesen, eine Begebenheit von Jesus Christus mit Kindern. Er sagte gemäß Matthäus 18 folgendes. Gemäß der Einheitsübersetzung von 2016 lauten die Verse Matthäus 18, 1 bis 5 Also vom Kontext her kann man sagen, dass mal wieder eine Streitigkeit unter den Jüngern entstand. Wer ist jetzt wichtiger? Ihr kennt das ja. Mein Auto, mein Pferd, meine Yacht, mein Haus. Diese üblichen Scharmützel unter Menschen, die nicht im Gleichgewicht sind. Und das hatten die Jünger Jesu auch als Problem. Sie wollten immer gerne der Beste, der Größte sein. Wir müssen auch verstehen, dass alle pyramidalen Gesellschaften und dazu gehörte wohl auch die Gesellschaft, in der Jesus lebte. Dazu blickte natürlich auf hierarchische Posten. Und es war ganz wichtig, einen höheren Posten zu haben als der andere, weil man eben dann sein Ego befriedigen konnte. Und jetzt sagte Jesus, indem man ein Kind als Beispiel nahm, werdet wie die Kinder, sonst könnt ihr nicht ins Himmelreich. Also ein Kind hat noch keinen Wunsch, sich abzusetzen durch eine Position oder durch Geld oder durch Einfluss oder durch Macht. Und in Verbindung mit unserem Thema können wir sagen, ein Kind interessiert sich noch nicht für die Welt der Erwachsenen. Für ein Kind ist es nicht wichtig, in welche Fonds der Papa investiert hat. Oder welche medizinische Therapie die Mama verfolgt. Oder was man zu Ernährung oder zu Fitness oder zu ideologischen Weltbildern sagt. Für ein Kind ist es wichtig, dass es feste Regeln hat, dass diese Regeln auch konsequent beibehalten werden. Und das zeigt ja dann auch, dass Eltern liebevoll sind, indem sie eben Regeln etablieren und diese dann aber auch konsequent beibehalten. So hat das Kind also einen großen Freiraum. Und im Rahmen dieses Freiraums entwickelt dann das Kind in seiner Welt Fantasie, Kreativität, Lösungen, lebt glücklich und zufrieden. Und ja, wir sind Kinder. Oder wir sollten wie Kinder sein. Das heißt, das, was unsere Welt betrifft, die Fragen, die unsere Welt betrifft, die Fragen, die wir lösen können, die sollten natürlich für uns von Bedeutung sein. Übergeordnete Fragen, auf die wir keinerlei Einfluss haben, die möglicherweise eben auch auf Lüge, auf Irreführung, auf Manipulation beruhen, die müssen uns nicht so sehr bewegen und beschäftigen. Selbstverständlich will die Dunkelheit, dass wir uns diese Fragen annehmen, weil sie möchte uns ja energetisch ausbeuten. Und wir sollen ja eben in die Emotion gehen, damit sie sich von unseren Emotionen ernähren können. Aber diese Fragen haben keinerlei Bedeutung für unser Leben. Für unser Leben hat die Bedeutung, in Harmonie mit dem Göttlichen zu sein. Die Regeln, die das Göttliche etabliert, hat für unser Leben zu beachten. Diese Regeln zu respektieren, mit diesen Regeln einig zu gehen. Und dann haben wir einen schönen, abgegrenzten, aber auch sozusagen dadurch auch geschützten Raum, in dem wir uns frei bewegen können und unserer Kreativität Ausdruck verleihen können. Und in diesem Sinne dürfen wir gerne wie Kinder werden. Fragen, auf die wir sowieso keinen Einfluss haben, die müssen uns nicht bewegen. Da müssen wir nicht unser Leben drauf verwenden. Wir müssen nicht für Fragen, auf die wir eh keinen Einfluss haben, auf die Straße gehen und demonstrieren. Weil da ganz andere Leute ganz andere Ziele mit verfolgen. Wir müssen auf Fragen, auf die wir sowieso keinen Einfluss haben, auch nicht, das ist jetzt wieder meine Meinung, aber ich denke, sie ist auch gut begründet, wählen gehen, weil die Ergebnisse von Wahlen sowieso von vornherein feststehen. Aber wir können für uns entscheiden, wo leben wir, welchen Beruf ergreifen wir. Wollen und wünschen wir, in Harmonie mit dem Göttlichen zu sein. Wollen und wünschen wir, mit der göttlichen Ordnung in Harmonie zu sein. Wollen wir einem traditionellen Familiensystem folgen, Mann, Frau, Kinder. Oder wollen wir uns, so wie die satanische Elite es eben wünscht, Baphomet mäßig umoperieren zu lassen zu irgendetwas. Das sind Fragen, die wir entscheiden können, weil sie in unserem Leben direkt anstehen. Und das sind die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und Fragen, die wir nicht hinreichend klären können, die werden wir sozusagen beiseite legen und abwarten, bis die Zeit die Dinge klärt. Zum Schluss meines Gedankenblitzes möchte ich noch ein Zitat setzen, und zwar folgendes. Der französische Philosoph und Romanautor Honoré de Balzac sagte, Wer sagt, es gibt sieben Wunder auf dieser Welt, hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt. Wer sagt, Reichtum ist alles, hat nie ein Kind lächeln gesehen. Wer sagt, diese Welt sei nicht mehr zu retten, hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten. Also alles, was wir tun, alles, was wir beurteilen, verurteilen, worüber wir urteilen, hat einfach mit unserer eingeschränkten Wahrnehmung zu tun. Und wenn wir sagen, die Welt wird untergehen, dann vergessen wir, dass Kinder hier sind, die diese Welt weitertragen. Und ich glaube, es besteht wirklich kein so großer Grund zur Panik. Die Welt wird sich weiter drehen, die göttliche Quelle wird den Erlebnisspielplatz Erde weiter bestehen lassen, die dunklen werden ihre Spiele spielen, sie werden scheitern, das Licht spielt Spiele, es wird gelingen haben und wir können uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Aber lassen wir uns nicht in ermüdende, kräftezehrende Diskussionen verwickeln, die uns nichts bringen. In diesem Sinne, der Sinn des Lebens ist das Leben, uns ist ein Leben geschenkt. Lasst es uns nicht erschweren durch sinnlose Diskussionen über Fragen, die wir nicht abschließend klären können, weil wir einfach nicht den Überblick haben, weil wir nicht das Gesamtbild sehen. Und lasst uns auch nicht so vermessen sein, zu behaupten, wir würden das Gesamtbild sehen, wir sind Menschen und wir sehen unsere Welt, unsere kleine Welt, wir sehen unsere kleine Blase und lasst uns versuchen, diese kleine Blase sinnvoll auszugestalten, unser Leben sinnvoll auszugestalten, glücklich zu werden, kreativ zu werden, fröhlich zu sein, zu lachen, mit der göttlichen Quelle in Harmonie zu sein und sicher zu sein, dass unser Vater im Himmel auf uns herabblickt und uns sozusagen, wenn er könnte, wohlwollend auf die Schultern klopft, weil wir verstanden haben, was es bedeutet, Mensch zu sein und weil wir unseren Platz in der universellen Ordnung begriffen haben. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, freue mich, wenn ihr auch für ein weiteres Video wieder auf meinen Kanal klickt und wünsche euch eine gute Zeit. Lasst es euch bitte gut gehen.